JPEX 360 bringt Ihr Unternehmen ins Internet, dreidimensional und interaktiv. Führen Sie Kunden und Geschäftspartner durch Ihren Betrieb. Fördern Sie Vertrauen und Ihr Markenimage durch interaktive Produktinformationen und motivieren Sie als innovativer Arbeitgeber. Sie entscheiden, was Sie präsentieren wollen und wir öffnen die Tür zu Ihrer virtuellen Realität. Willkommen in der virtuellen Welt von JPEX 360. Willkommen bei ProLight in Herzogenaurach. Starten Sie Ihre interaktive Videotour jetzt. Nun kann Ihr Unternehmen online besucht und besichtigt werden, ganz so als wäre man bei Ihnen vor Ort. Das Menü bietet interessante Zusatzinformationen, die direkt in der Karte eingeblendet werden können. Zeigen Sie sich auch zukünftigen Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber und öffnen Sie sich interessierten Besuchern. 360 Grad. Ihre Betriebsgeheimnisse bleiben selbstverständlich vertraulich, denn Sie geben vor, was zu sehen ist. Der grüne Strahl übernimmt exakt die Blickrichtung des Betrachters. Der Online-Besucher kann durch das Menü Ihre Erfolgsleiter hochsteigen und ein anderes Stockwerk besuchen. So entdeckt er das Unternehmen ganz individuell jeden Punkt nach seinen Interessen. Der Besucher kann an jeder gewünschten Position stehen bleiben und seinen Blick nach allen Seiten richten. Videoclips verstärken Reputation und Leistungen Ihrer Firma und ergänzen Ihr Informationspaket. Für ProLite sind Qualität und Kundenzufriedenheit wesentliche Erfolgskriterien. Diese Erfolgskriterien wollen wir ständig weiter verbessern. Dazu haben wir mit GpX360 einen Partner gefunden, der uns mit seinem außergewöhnlichen Internet auftritt, die Möglichkeit bietet, unseren Kunden, aber auch unseren zukünftigen Mitarbeitern noch tieferen Einblick in unser Innenleben zu gewähren. Die Interaktivität macht Lust auf das Erkunden und Besucher setzen die Tour nach Ihren persönlichen Interessen fort. Das steigert die Verweildauer auf Ihrer Website und in Ihrem Unternehmen. Schaffen Sie spielerischen Zugang zu Ihrem Angebot und verknüpfen Sie den Rundgang mit weiteren Produktinformationen. Die verschiedenen Points of Interest sind auch alphabetisch im Menü zu finden. Mit einem Klick geht es weiter. Einen interessanten Punkt verpasst? Die Rückkehr ist ganz einfach möglich. Das interaktive Erlebnis kann direkt mit Geschäftspartnern und Kunden geteilt werden. Mittels persönlicher E-Mail inklusive Panorama und Link zu jeder gewünschten Position wird zum gemeinsamen Erleben eingeladen. Erhöhen Sie die Klickraten zu Ihrem Unternehmen und damit Ihren Erfolg durch einen virtuellen Betriebsrundgang zum Vor- und Nacherleben. GPEX 360 – Discover the World